Musik Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge von CokeTV und ich bin hier heute mit Olivia zusammen. Hallo! Und was hast du dir denn für deinen CokeTV-Moment gewünscht? Ich hab mir gewünscht, professionell einen Song aufzunehmen. Das ist eine sehr gute Idee und dafür fahren wir heute mal in ein Tonstudio und da warten wir noch zwei Musiker auf uns. Von daher, auf geht's! Musik Also einmal Navio haben wir hier und einmal IBM. Berliner Beatbox-Meister und zusammen werden Leute ein bisschen Musik machen, ne? Du hast da ein bisschen was vorbereitet schon? Ein bisschen singen, ein bisschen rhythmische Elemente, wir produzieren das Ganze und schauen wohin wir kommen. Es ist cool, glaube ich, auch mit euch zusammen das so ein bisschen zu erarbeiten, wenn ihr Lust habt. Ja, wir viele verschiedene Elemente kombinieren, ne? Also einmal hier so Beatbox, einmal Klasse, den Gesang, was wir da alles reinpacken. Auf was hast du so Lust? Ach, auf alles so, mal ein bisschen so. Wie geil, ich freu mich auf jeden Fall. Wird spannend. Leute, wir sind hier noch einmal rausgegangen, denn das sieht ziemlich cool von hier draußen aus. Da oben ist das Tonstudio. Also sind wir direkt an der Spree und dann hoch über der Spree, werden wir gleich unseren Song ausnehmen. Ja, ganz schön hoch hier auf jeden Fall. Wenn man da mal runterkommt, da unten stoppen wir gerade eben noch. Aber geiler Ausblick. Sehr, sehr gut. Richtig auf jeden Fall. Komm, wir haben viele vor, lass uns in den Stuhl gehen und loslegen, oder? Ja, genau. Richtig. Rein spazieren. Also seit Tagen habe ich so ein Thema im Kopf, die ganze Zeit. Und dieses, wie ich finde, sehr schöne Bild der Farben. Wir sind ja alle unterschiedlicher Farbe sozusagen. Jeder sieht anders aus, hat andere Interessen, hat eine andere Sprache, Kultur und so weiter. Aber doch sind wir alle quasi eine Lieblingsfarbe. Und diese Lieblingsfarbe ist Mensch. Und das fand ich irgendwie ein sehr schönes Thema. Und wenn ihr Bock habt, würde ich gerne mit euch zusammen dahingehend was machen. Sehr cool. Na dann lass uns anfangen. Meine Lieblingsfarbe ist bunt. Irgendwas. Ich weiß es noch nicht. Aber ich hatte auch immer meine Farben. Okay. Können wir das ja auch mal aufzeichnen. Siehst du die drei? Die drei Stichel? Genau. 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 So. Dann die, dann immer eins überspringen und dann die. Und dann die. Okay. Wir sind in F-Dur. So wie fröhlich. Für's klappen. Hört ihr uns? Genau. So ein kurzer, scharfer Wasser. Also man kann natürlich auch so. Oder halt so. Hört so ganz ganz kurz und scharf. Ganz kurz und scharf. Puff. 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 oder irgendwas. Ich glaube wir haben alles. Alles im Kasten. Dann müsste es jetzt aber noch gemischt werden, richtig? Aber Kompliment erstmal, das ist gut gemacht. Wir Einzelnen von euch. Wollen wir auch mischen? Ja. Oh, 400 Millionen Spuren. Oh, ja. Alles fertig. 3, 2, 1, 1. Meine Lieblingsfarbe ist bunt. 3, 2, 1. Meine Lieblingsfarbe ist bunt. Meine Lieblingsfarbe ist bunt. Meine Farben. Deine Farben. Wir sind alle Farben. Und was sagt ihr? Ja, sehr cool geworden. Geil, oder? Richtig geil. Richtig geil. Yes. Sehr geil. Hat aber Spaß gemacht insgesamt mit euch. Das ist ja lustig mit so einer lustigen Kombi mit verschiedenen Elementen, die man normalerweise so nicht will. Wie beispielsweise Kugelschreiber oder was weiß ich. Ja, fertig. Dann sind wir jetzt ja bereit. Das ganze Ding wird auch noch live aufgeführt zusammen mit Nevio live am Brandenburger Tor. Ihr könnt alle vorbeikommen am 3. Oktober live beim großen Kug-Event. Ich glaube eine halbe Million Menschen kommen da hin. Das ist der Wahnsinn in Berlin. Riesen-Event. Und wir sind auch mit dabei. Von daher kommt vorbei. Und ja, wir haben es jetzt erstmal geschafft für heute. Hier konnten wir uns jetzt auf jeden Fall nochmal schön gemütlich machen. Hoch über der Spree. Echt Top-Location muss man ja sagen. War ein wundervoller Tag mit euch zusammen. Hat es euch auch gefallen? Auf jeden Fall. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Sehr schön. Danke euch. Ja, danke an euch auf jeden Fall, dass ihr uns das ja alles ermöglicht habt. Das wäre dein Wunsch eben hier erfüllt. Danke dafür. Kein Problem. Und ich hoffe, dass da ein sehr cooler Song rumgekommen ist. Also mir hat es auf jeden Fall gefallen. Zu gewinnen gibt es heute natürlich auch noch was. Und zwar wird der Song ja noch live performt am Brandenburger Tor am 3. Oktober. Mit Nevio zusammen. Wie gerade eben schon gesagt. Und dafür könnt ihr ein Meet & Greet mit Nevio gewinnen. Und alles was ihr dafür tun müsst, ist uns unten rein in die Kommentare zu schreiben, was euch am Song am besten gefallen hat. War es vielleicht der Kugelschreiber? Oder war es Nevios Gesang? Oder die Beatboxkünste von IBM? Eben. Schreibt es uns unten rein in die Kommentare. Unter all diesen Kommentaren verlosen wir eben ein paar Plätze für das Meet & Greet. Und ja, dann war es das schon wieder für heute. Wenn es euch gefallen hat, drückt den Daumen nach oben. Abonnieren nicht vergessen. Und checkt Nevios Links aus. Da sind alle unten drin in der Beschreibung. Und vor allem natürlich auch noch den Track, den es jetzt gibt. Lieblingsfarbe. Link ist unten drin in der Beschreibung. Die Beatboxkünste von IBM gibt es natürlich auch. Links alle unten in der Beschreibung. Von dir packen wir aus rein, Olivia. So. Und dann war es das hier für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Drückt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren könnt ihr oben. Und macht's gut. Ciao. Leute, wir sind hier in der Endcard. Und das Video vom vorletzten Mal finden wir hier. Das Video vom letzten Mal gibt es hier. Und der Vorschau auf die nächste Woche hier. Macht's gut. Ciao. Ciao.